Was ist hier? Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Theopetisch ist voller Blut. Blut sieht nicht aus, als gibt es mehr von einer Operation. Alter, was ist das? Was gerostet und bewegt sich nicht. Was ist das für ein Ding? Ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Okay. Zurück und hol die Heilkräuter. Der ist komplett grün. Das zweite Untergeschoss. Da geht es zum Heliport. Da geht es zum Heliport. Okay. Komplett gesperrt. In diesem Raum ist aber nichts. Der Aufzug funktioniert nicht. Anscheinend müssen Sie den Schalter auf der rechten Seite aktivieren. Was ist das für ein Ding? Speicherpunkt. Das freut mich. So. Nein, noch nicht. Das ist das Ding. So. Ich hoffe, das ist wichtig. Wir haben nochmal geholfen. Ich muss das Ding. So. Ich meine, ganz schön aus. Ich kann es nicht, dass das Ding ist. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht, aber es nicht lösen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. vor allem eine diskette haben wir ganz am anfang des spiels mal gefunden dann kann ganz lange ja gar nichts mehr bis jetzt zu diesem punkt da kommen die anderen zwei vor so doch jetzt gespeichert ja ich hatte 9 irgendwo muss ich noch die dritte diskette einschieben wieder diese viecher letzte tat noch achtung explosions gefahrt treibstoff nicht schütteln nachtankgerät für den hochspannungsraum es funktioniert derzeit nicht weil kein treibstoff da ist da ist eine leere kapsel die lösen sich einfach auf in den teilen ist alles grün so russig nicht mehr man jedes mal komme ich aus dem bildschirm so 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 der hauptaufzug hat kein strom zufuhr starten so 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 jill ist gefangen über die campagne von jill ist er wahrscheinlich chris gefangen so 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 Woher denn?